Wir haben ein gutes Spiel gemacht auswärts hier in Madrid, das ist auf jeden Fall nicht einfach. Leider sieht man, wenn man einmal zu spät kommt auf dem Niveau, das wird dann bestraft. Wir haben vorne auch zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht, die wir definitiv hatten. Mit dem Ball haben wir sehr gut gespielt, finde ich. Schade, dass wir uns nicht selber belohnt haben. Gute Mannschaft, klar, große Qualität. Aber ich glaube, wir haben es Athletico heute sehr schwer gemacht. Das sollte die Basis sein, wie wir gegen den Ball spielen wollen. Alle waren heute sehr konzentriert, sehr giftig und dann kommt auch wieder ein Tor, da bin ich zuversichtlich. Wir können neun Punkte holen. Ich finde, wir können gegen jeden Gegner oder haben wir gesehen, dass wir mithalten können, wenn wir uns noch die letzten Kleinigkeiten erarbeiten, die uns da noch fehlen. Dann können wir vielleicht neun Punkte holen und wir spielen zu Hause gegen die zwei Großen. Aufgeben, denke ich, ist jetzt noch nicht bei uns im Kopf. Wenn es rechnerisch möglich ist, glauben wir immer dran. Das haben wir schon immer gemacht und haben noch zwei Heimspiele. Ein wichtiges Auswärtsspiel gegen Moskau noch und es ist noch einiges möglich, klar, aber es wird sehr schwer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.